Ich lerne Deutsch. Nummer 1824 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dieses Pferd springt mit mir über jedes Hindernis. Dieses Pferd springt mit mir über jedes Hindernis. Das ist überhaupt kein Problem. Dieses Pferd springt mit mir über jedes Hindernis. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe. Was kann ich heute Schönes zum Abendessen machen? Fällt dir etwas ein? Was kann ich heute Schönes zum Abendessen machen? Fällt dir etwas ein? Ich notiere mir deine Veränderungswünsche und beginne gleich mit der Programmierung. Als kleine Zwischenmahlzeit habe ich immer einen Apfel dabei. Als kleine Zwischenmahlzeit habe ich immer einen Apfel dabei. Ich forsche seit Jahren an diesem Zusammenhang und konnte endlich das Ergebnis präsentieren. Ich forsche seit Jahren an diesem Zusammenhang und konnte endlich das Ergebnis präsentieren. Ich glaube, ich möchte das jetzt nicht weiter mit dir diskutieren. Ich glaube, ich möchte das jetzt nicht weiter mit dir diskutieren. Jetzt ist der Apfelkuchen fertig. Ich nehme ihn aus dem Backofen. Jetzt ist der Apfelkuchen fertig. Ich nehme ihn aus dem Backofen. Das hast du gut gemacht. Dafür gibt es eine Belohnung. Das hast du gut gemacht. Dafür gibt es eine Belohnung. Ich brauche morgens einen Proteinshake, um meine Muskeln aufzubauen. Ich brauche morgens einen Proteinshake, um meine Muskeln aufzubauen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Alle waren froh, dass der Umzug so schnell ging. Alle waren froh, dass der Umzug so schnell ging. In der Schule werden die Hände desinfiziert. Der Lehrer hilft dabei. Nach meinem Unfall habe ich eine neue Hand bekommen, die mir in meinem Alltag weiterhilft. Nach meinem Unfall habe ich eine neue Hand bekommen, die mir in meinem Alltag weiterhilft. Es ist Montag und ich warte in der Cafeteria, aber der Kollege ist nicht gekommen. Ich habe alles für das Picknick mitgebracht. Leider ist mein Freund wieder nicht gekommen. Ich habe alles für das Picknick mitgebracht. Leider ist mein Freund wieder nicht gekommen. Wir haben uns ganz klassisch kennengelernt. Online Dating ist nicht unser Ding. Wir haben uns ganz klassisch kennengelernt. Online Dating ist nicht unser Ding. Beim Spitzenschneiden ist eine gute Schere unerlässlich. Beim Spitzenschneiden ist eine gute Schere unerlässlich. Gute Friseurscheren gibt es in Drogerien oder Onlineshops. Ich lasse mich von der Natur inspirieren. Beim Wandern kommen mir die besten Ideen. Ich kann nicht glauben, was sie mir da erzählen. Ist das wirklich wahr? Meine Tochter war zum ersten Mal in einem großen Aquarium. Anna hat vorher noch nie so große Fische gesehen. Meine Tochter war zum ersten Mal in einem großen Aquarium. Anna hat vorher noch nie so große Fische gesehen. Ich messe die Körpertemperatur meines Sohnes mit einem Fieberthermometer. Schön, dass du schon aufgestanden bist. Willst du mit mir frühstücken? Schön, dass du schon aufgestanden bist. Willst du mit mir frühstücken? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Sohnes mit mir. Sohnes mit mir. Sohnes mit mir. Sohnes mit mir. Vielen Dank.